Oft wollen wir, wenn wir in einer Situation ist, die uns nicht passt, das Unangenehme, das Schmerzhafte, einfach ganz schnell loswerden. Aber der Trick an der Geschichte ist, dass wir eigentlich nur das Vergangene loswerden müssen und die Herausforderungen, die uns das Leben schenkt, einfach annehmen und Schritt für Schritt ans Ziel gehen. Und oftmals ist einfach jeder Schritt zum Ziel viel, viel wichtiger als das Ziel selbst, weil wir eben genau an diesen Schritten wachsen können. Es ist ihre Geschichte und sie haben diese Geschichte zu erzählen. Wichtig ist einfach nur, dass sie sich nicht von irgendwelchen anderen Leuten reinquatschen lassen. Ich glaube, wäre die Hummel ein Mensch, hätte man ihr wirklich täglich eingeredet, sie könne nicht fliegen. Aber zum Glück hat sie es ja nicht gehört oder nicht verstanden. Daher mittlerweile ist es ja sogar wissenschaftlich belegt, dass sie fliegen kann und ich mache es einfach genauso. Denn, ja, da ist es jetzt, sie müssen auf ihr Bauchgefühl hören. Und das ist gar nicht so einfach, weil ja letztendlich die Stimmen der Industrie und der Werbung und des Umfeldes ja immer viel, viel lauter sind. Aber was ist, wenn es gar nicht so schlimm ist, wenn wir mal unzufrieden sind? Weil was bedeutet das, wenn du unzufrieden bist? Und dann bin ich dem so ein bisschen nachgegangen und dachte, wenn du unzufrieden bist, ist es einfach nur so, dass es ein Signal ist. Ein Signal dafür, dass du etwas willst. Dass da irgendein Bedürfnis dahinter steckt. Und einfach mal deinem Herzen zu folgen, das zu tun, was du einfach willst. Einfach ohne deinen Kopf einzuschalten, der dir das versucht auszureden. Weil, ganz ehrlich, euer Kopf bleibt immer mit euch. Es ist die schlechte Nachricht. Also, es bedeutet, jedes Mal, wenn du irgendwas Neues machst, jedes Mal, wenn irgendwas dein Gehirn nicht kennt, weißt du, was dann passiert? Gefahr, 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 lass das, bleib in Sicherheit. Und je weiter du gehst, je mehr Schritte du machst, desto schneller wirst du auch erkennen, cool, mir passiert nichts, ich lebe immer noch, wie geil ist das denn? Und egal, an welcher Stelle du im Leben bist, also wirklich egal, an welcher Stelle, egal, wie viel Erfolg du auch hast, du wirst immer diese Situation haben. Und irgendwann mal denkst du dir, okay, jetzt muss ich mich wieder herausfordern, ich mach's trotzdem. Ich mach's trotzdem, auch wenn es sich gerade scheiße anfühlt. Du bist wundervoll, so wie du bist. Und du brauchst gar nichts zu tun, du brauchst gar nichts zu leisten, du bist einfach toll, so wie du bist. Werde zu der Person, die das Ziel, die das, was du willst, schon erreicht hat. Das heißt, frag dich, was braucht's an Gedanken, was braucht's an Gefühlen, was braucht's an Handlungen, damit ich das erreiche, was ich will. Ja, frag dich, wasату noch Madhhist. Vielen Dank.